ich bin jetzt am neckerriedkopf angekommen und mittlerweile gibt es hier eine hütte mit ausschrank am wochenende das letzte mal dass ich hier war gab es davon noch nix das heute nicht so viele hier sind am wochenende scheint relativ viel los zu sein habe ich mir sagen lassen das heute nicht so viel unterwegs sind ja spitzkern das letzte mal dass ich hier war waren die spitzkern teilweise zu viel für mich schauen wir mal was heute los ist die ist immer noch heftig der ausstieg hier ist immer noch zu viel für mich hier geht es weiter in den spitzkern wir haben sich vieler kürzer und eingeschlossen und eingeschlossen und und Okay, die andere Linie war die bessere, die andere mich hier runter war besser. bei der kurve hatte ich viele probleme das letzte mal das war beschissen umgesetzt bin trotzdem umgekommen unfassbar so so Gelegenheit genutzt und gleich zur Rückenwegrandale weiter, den kenne ich noch nicht. Gelegenheit genutzt und gleich zur Rückenwegrandale. 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 Wenn es richtig dunkel wird, nehmen wir nochmal den Bock hier mit. Gelegenheit genutzt. Gelegenheit genutzt und gleich zur Rückenwegrandale. Gelegenheit genutzt und gleich zur Rückenwegrandale. Gelegenheit genutzt. Gelegenheit genutzt und diese Rückenwegrandale zusammen finden. ich glaube das ist jetzt schon unsere schwelle keine ahnung wo ich bin oh Ende mehr zappen Untertitelung des ZDF, 2020